Was heißt das, ist Bruno da hinten? Soll ich Bruno machen da hinten? Was? Ah, MAAANN! Hier, Bilder wegmachen? Jetzt nur noch einer — Bro! Ja, willst du grad mich blaben, du hast gemerkt, du bist alleine in Raum? Haha, juhu! Nee, oder? Bin ich so deschauer? Ja. Digger, ich lese sie doch wie ein Buch, Mann. Alter, läuft links von dir ein, links von dir. Links hinter dir. Oh mein Gott, Ritzmann, bitte lass uns hoffen, dass er jetzt nicht hinter mir langläuft. Ja, das war's. Nein. Oh mein fucking Gott. SOS, mein Cock ist hart. Zieh ihn schnell raus, doch pass gut auf. Ich mach hier so ein Safe-Room auf, da können wir dann easy uns reincampen, da können keine Guards kommen. Okay, ich warte mal auf den. Okay, this didn't age well, Alter. Ah, wieder den Kevin gemacht. Shut the fuck up. Shut the fuck up, Ritzmann, Alter. Er kam, sah und springte. Boah.